Komm, wir drehen, Ruhe bitte. Und klopft. Hi, ich bin Helen und bin elf Jahre alt. Wer, wer hat dir schlechte Laune? Wer, wer hat dir keine Lust? Wer, wer hat dir schlechte Laune? Wer, wer hat dir gerade Frust? Manchmal gibt es Tage, da hängt man einfach durch. Da hat man ne Visage wie ein schlecht gelaunter Lurch. Die Stimmung ist im Keller und kommt auch nicht mehr rauf. Die Sonne ist verschwunden und geht auch nicht mehr auf. Wer, wer hat dir schlechte Laune? Wer, wer hat dir keine Lust? Wer, wer hat dir schlechte Laune? Wer, wer hat dir gerade Frust? Brauchst du ne Umarmung, nen Kuss oder nen Keks? Oder dicke Socken für unterwegs? Willst du Schokolade oder nen Teddybär? Hast du ne Blockade? Komm, setz dich mal her! Jeder darf mal muffig sein und hat nen schlechten Tag. Damit bist du nicht allein, ich seh mich um und zag. Die Fenster auf die Sorgen raus, dann sieht die Welt schon anders aus. Mach mit und lass die Sonne rein, uns fällt bestimmt was Schönes ein. Wer, wer hat dir schlechte Laune? Wer, wer hat dir keinen Spaß? Wer hat nichts mehr im Glas? Das war's. Ich bin froh. Oder das war's. Ich existed! Prinz!